so hallo herzliche youtube-gemeinschaft ich zeige euch heute mal ein ganz besonderes rezept das ist ein obstsalat mal was anderes hier auf dem channel und ja ich glaube ich zeige euch einfach mal direkt wie es geht so jetzt kommen wir hier zu einem weiteren spezialgericht aus der küche satsakow ich bin jetzt das erste mal unterwegs wir machen einen speziellen salat ob salat ich habe dafür eine drachenfrucht eine orange einen apfel und ein paar trauben mehr braucht es nicht so die drachenfrucht könnt ihr einfach halbieren kopf abschneiden und dann die schale lässt sich dann super abnehmen im besten fall ohne rückstände sondern ganz gewöhnlich einfach würfeln das riesig das messer wie durch butter bei der größe könnt ihr natürlich variieren wie ihr gewusst habt das macht echt spaß mit dem messer zu schneiden muss ich schon gestehen ich kann verstehen warum mein vater nichts anderes mehr möchte noch zum rand abmachen einfach mit papier sagt sie Zerfetzt hier schon irgendwie die Orange ein bisschen. Einfach ein bisschen klein machen, dass es ein paar Stücke hat. So hacken macht auch Spaß. Noch ein Apfel. Ist echt gewaltig, dieses Messer. Fast zu viel rausgenommen. Und auch einfach wieder überfüllen. Ja, ich glaube, das kannst du auch einfach in Zeitraffer abspielen, dann Boris, weil sonst ist das zu lang. Wie viel kostet so ein Messer, Boris? Boris, die Trauben könnt ihr entweder ganz lassen, wie nach Geschmack, oder einfach einmal halbieren. Ja, je nachdem, wie ihr es lieber habt. Und das war's dann eigentlich auch schon. Lass dann einfach alles zusammenschmeißen. Ach so, ganz wichtig natürlich am Ende noch, zwei Packungen Vanillezucker dazugeben, für die extra Süße. Ja, und das war's auch schon. Das ist das ganze Rezept. Ja, wollen wir nicht noch ein bisschen durchspülen oder so, mit irgendwas, so einem Salat-Ding, bevor wir das zeigen? Ich nehme auf, ne? Nur, dass du das weißt. Ach so, ja. Ich präsentiere jetzt gleich hier, Obstsalat, den ihr je gegessen habt. Schmeckt vorzüglich. So, wunderbar. Und schon servierbereit. Natürlich, der Vanillezucker war nur ein kleiner Spaß von mir. Den braucht ihr nicht reinmachen, ist schon süß genug. Ja. 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 Ja.